Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist ja merkwürdig, das sind überhaupt keine Fächer Was hat das zu bedeuten? Wer immer das gebaut hat, wollte nicht, dass es irgendjemand öffnet Alles in Ordnung? Ich fühle mich komisch Ist dir was komisches aufgefallen an Emily? Nein Warum ist dir diese Kiste denn so wichtig? Keine Ahnung Ist sie nun mal Ruhig, Em Em Emily, lass das! Ah! Ich hab keine Ahnung, was das für ein Ding ist Hebräische Inschriften Hier steht Dibbuk Em, wo bist du? Das ist das hebräische Wort für Dämon Was hat dieses Ding mit meiner Tochter vor? Dieser Geist raubt unsere Kinder Em! Mami! Wer bin ich? Sobald die Kiste geöffnet wird, sterben Menschen Die Ärzte können uns nicht helfen, oder? Sie müssen sich ansterben In der Zuflucht des Allerhöchsten vertraue ich ihm Unter seinen Flügeln wirst du Schutz finden Er wird dich behüten Mein Gott! Seine Wahrheit? Ja! Lass meine Tochter in Ruhe! Ich habe etwas in ihr gesehen Sie leben hinterm Sonnenschein Getrennt von uns unendlich weit Hier ein paar Ka evident Ich werde bei einer Ourraich- Na ja! Oringa! Hollweil influence Cut times A Klop hat auf! magnets tubes hab ist